Musik 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 Seht ihr wieder? Grarians Guys Was wollt ihr? Einen Aluminium Oreberry Busch? Oder ein Halbsherz? Wir haben eine inselliche Linie aufgebaut Dann haben wir mit der Erde uns gegenseitig einen Bruch gebaut, dann haben wir es runter geschlossen Dort wo du mit nichts da warst? Ja genau Aha Was ist jetzt schon wieder bei ihr? Ihr habt einfach mehr Freude euch runter zu schiessen und zu nerven als Ja genau Kann jemand Flint Access machen wenn ich ihm Flint gebe Jaja Also aus dem In der Toolbox oder wo? Einfach ein Ex Es muss Ex heissen Aha Aha Kann man das überhaupt? Ja Ah Also ich sag's mal Bissi 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 zu wild he Ich hab dir Flint vor die Füße geworfen Ja Okay Es gibt ein salbstscherend Schaf in dem Mod In dem Mod Ich weiss Ähm Wo sind die Headchats? Äh ich weiss im Fall nicht wie man die macht Ehm schöner Ehm schöner Ehm schöner Du hast doch hier den Ex Head Pattern Du musst den doch Ich denke Ah das ist Flint Du hast einen Shovel Head Pattern drin weiss Ich hab gar nicht Ich hab gar nicht angefangen zu machen Ich hab gemeint das geht gar nicht mit denen Ähm ich bin zum sterben Fuck Jawohl Ehm Jetzt hab ich mal den Glading Einwort genommen Mhm Mhm Poolstation Also ich brauche Eggs Brauche ich Sticks Ah das bringt es gar nicht mehr So Voila Ich hab den Schafters Mod gemastered Was hast du jetzt für einen gemacht? Ich hab die Flint Hatchet Äh Hätzt statt Hatchet Ja mit Elegatia Vielleicht hättest du aber das geht Ich hab ja auch so einen Ich hab ja auch so einen Ah Ja spuck der kaputti Du hast wahrscheinlich auch ein Broken Hatchet im Moment da Ja Ich brauch die 3 Steine Das ist wahrscheinlich das Problem Wo für den? Was brauchst du Steine? Ja 3 Steine Ja das ist wie 3 3 3 Du hast gesehen Ich brauch 8 Ja mach 2 3 3 bringen wir schon irgendwie her Ich glaub 1 ist wichtiger Weil ich mach das wir können Dings machen Das wir können Flour machen Aus dem Zeugs Können wir ein Fresse machen Essen Flour Also Mehl Oder? Ja Ja Wie wärs mit Cheers Für mehr Dreck Für mehr alles Mehr Dreck Ich weiss ja nicht Ich bin schon ewig an dem Scheiss dran Ich weiss ja nicht Ich weiss ja nicht Ich bin schon ewig an dem Scheiss dran Jaja Kann man nicht Ah so Aluminium könnte man einen Kübel machen Ja das habe ich eben auch gesehen Aber das braucht man jetzt ja nicht mehr Aber das braucht man jetzt ja nicht mehr Nicht wirklich nicht mehr Ähm Leg 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 Ja Jetzt kommt die noch an die Pflanze Zaito Melen Puh Ähm Ich mach mal ein wenig Nahrungsbeschaffung machen Ja Oh Tschüss Boah es legt so hart man Oeh ich bin rausgeflogen Jaja Es legt so hart man und bei uns bist du schon draussen Hey wer mach ich mir schon ein Ein Buch Ein Gewässerbuch Ein Buch und ein String Aber es hat noch eins drinnen in den Dings Ah ok Ah es sind ja mehrere hier noch So ähm Wir haben immer noch keine schlaue Plattform zum Dings machen Zum Lava machen ohne Probleme Hm Hm Wir wollen irgendwann Irgendwie genug Dirt haben Also wir können anfangen Plattform machen aus Dirt Also schau ich habe da mal einen kleinen Garten angefangen Mhm das ist schon mal gut Yay Ich hab gedacht jetzt smell mal ein wenig Boom Fischi 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 Ah Ich muss jetzt irgendwie meinen Rechtsklick blockieren Mann Warte Aha Ja das ist das drauf stellen Mit der sollen wir auch wenn das hier die Treeform weitergeht Mal schauen ob das funktioniert Mal schauen ob das funktioniert Mal schauen ob das funktioniert Jawohl hey wir haben einen Automated Tree Farm Ich bin schnell eins zu rachen Mhm Mhm Und eben Machen zwischendurch ein wenig Dreck Und dann das Zeugen Eben Da ähm Guido Hm Den Dreck nehmen und Durch das Sieb durchlaufen Was ich dort habe Da kommt so Smallstones rüber Und wenn du zwölf von denen hast Dann kannst du Drei Cobblestones machen Also einen Cobblestone Habe ich jetzt schon Das ist gut Also ich bin schnell eins zu rauchen Komm mal gleich Mhm Aber ich wäre jetzt eher der Gefühl dass wir Dirt ein wenig brauche Um einen Cobblestone Generator zu machen Dann haben wir schneller Steine Äh Die Steine Warte wieviel braucht man für einen Warte wieviel braucht man für einen Warte wieviel Steine oder mehr Warte wieviel Steine oder mehr Eben Eben wenn du vier Wenn du drei Dings hast Drei Dings Drei Dings Äh Zwei Cobblestone bräuchte ich noch Nur einen Für was brauchst du denn denn Zum äh Komisches Dings machen Dass ich äh Mein Weizen verbessern kann Okay Weizen verbessern Na gut Komm ich sechs aber unten Füße ist aber echt nice Ja gut das stimmt Ja Ich sitze jetzt sie gleich auf Wenn wir dann irgendwann noch ein Dings machen Was? Äh Wie heisst es? Ein Mop Spawner Ich hab ihn noch nicht jetzt Jetzt können wir das schon mal machen aber Geist Rest So ich habe einen Stein Hey Also ist Pischrotter Also was brauchst du tatsächlich zwei Combo Ähm Wieso tut er jetzt nicht Wieso genau Aha Bohnmiel Ich kann Bohnmiel mehr Dennis! Ich hab ihn auch nicht geschmissen Ich hab ihn auch nicht geschmissen Es wird passen Vielleicht Nein Es ist falsch Ah fuck es muss das Mousse dann sein Es ist falsch Ah man Ja Wieso? Ich hab dir das Pohnmiel gegeben Aber du bist glaube ich ja fertig Ja schon Ah jetzt Eigentlich konnte ich immer mehr selbst Wir hätten ja auch selber können Ja nein du bist gerade dicht gestanden Und da habe ich den Pohnmiel angerührt Aber es hat nicht gelang Es ist eben nicht ins Inventar gegangen Ja Also nicht in In der right spot Aber eben nachher brauche ich dann wieder den Cobblestone Ich brauche jetzt unbedingt die verdammten Iron-Dinger Ja wir sind jetzt dran Wir sind dran Und ich brauche äh 3 Cobblestone für Lava Weil wenn wir dann Lava haben können wir unseren Cobblestone Generator machen Ja ich hab das fast gesider Mhm Ja aber schon ja Ja das gut machen wir die Lava Cobblestone Generator finde ich gut Aber dann können wir dann zuerst Voll die Lava machen Wenn wir dann einfach noch ein Dings machen Gell? Irgendein Feuer sichere Mhm Jetzt glaube ich habe mir so ein komisches Madhawk gemacht Wie machen wir es Feuer sichern? Wir haben ja momentan nichts wo Feuer sichern Weiss ich im Fall noch nicht Ich glaube im Fall eher dass wir einfach drumherum stehen Möglichst schnell einen Haufen Steine machen Nein Mit den äh Wasserkannen kannst du das Feuer ausmachen Oder so Ja aber wir können da nicht unsere Plattform in Brand setzen Das dürfen wir nicht riskieren Ja es müsste einfach einer mit den Dings dort sein Oder wir machen da eine zweite Plattform Ja das Problem ist mit Wasser oder? Wir haben nur zu wenig Material Also Holz haben wir genügend Aha also wir einfach eine zweite Plattform machen Und die Brücke Ja die Brücke quasi abfackeln Ja die Brücke aus Wasser Kann man denn sonst noch die Kabel machen? Ah das ist auch nicht Egi da ja Wasserbarriere ja voll Das Problem ist alles andere wird dann trotzdem abfackeln aber äh Gibt es hier noch etwas Fireproof oder so? Fire... Proof Ja aber es ist schon Kabel-Stone-Generator oder äh Oder halt mit den kleinen Stones Flasch Eeeee Refractory Wax Okay Gut ok dann nicht Haha Ah du hörhöhöhöhö Gido Nicht total Ja und kleine Stones können wir auch nur mit Dirt Schiefern Oder halt Crack Oder halt irgendwelche Steinscheisse Verhämmern Was meinst du? Was ist mal hier? Eben wenn man Kabel macht Ich glaube Cobblestone Generator ist fast das einzige was effizient ist. Und wir haben ja zwei Pickaxes, also können wir auch genug machen. Ja im Moment, und sobald wir eigentlich Steine haben, können wir Steine ja mehr Züge machen. Ja voll. Bist du Plattformen am Machen? Mit dem Wasser... Nein, du musst den aber unten zu machen. Ja, einfach mal wieder. Ja, und sowieso wollen wir da keine... Wir haben noch vier Stacks pro Meal, also wenn die aufgebraucht sind, dann können wir nochmal... Ja, ja, wir müssen jetzt langsam mal anders schauen. Ich würde sagen, wenn wir noch so ein, zwei, vielleicht noch zwei Stacks haben, müssen wir mal aufhören, müssen wir die Bäume einfach so wachsen lassen. Das ist noch irgendwie nicht so sehr schlau. Aber Gido, deine Plattform funktioniert noch nicht so ganz. Wow, da versuchst du ja noch. Ja, ja, und ich kann nicht runtergehen. Ähm, wir brauchen jetzt... Gido, hast du gerade den Wasserkübel dabei? Ich habe genug Holz, musst du mir nicht noch Holz geben. Hey Dani, manchmal verstehst du dich super, da kommt einfach wieder so eine Phase, wo... Äh, 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 äh... Hey, ich habe so einen Scheiss-Ping. Ping? Was ist los? Ja, TS-Ping habe ich johre schlimm. Jetzt geht es gerade im Moment, ist es wieder gut. Das ist völlig... behindert. Ich habe das drittes Bett gemacht, also wenn ihr einen Penance macht... Also warte jetzt mal, jetzt brauchen wir... Ist das jetzt schon wieder gegangen? Das hier hinten muss eh irgendwie zu sein. Was sind die Einstellungen für die Map? Ich habe es nicht rausgefunden. Keine Ahnung. Ich habe hier meine Map. J ist es. Keine Ahnung. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich bin gerade die scheisse Plattform anbauen, aber ich bin gerade noch nicht sicher, was ich alles muss. Also hier ist Lava. Also da ist ja schon etwas drin in der Crucible. Ja, das ist einfach die Lava, die fertig ist, aber wir brauchen zuerst noch einen Ort, wo man sie reinkicken kann. Generator. Ich bin nicht mehr sicher, ich habe sie schon lange nicht mehr gemacht. Ja, ich würde... Da Wasser. Ähm, da. Du bist gerade fast gestorben. Ja, nur fast. Ich würde sie einfach von oben rein lassen. Nein, ich weiss nicht mehr genau, wie wir sie aufbauen müssen, was der Punkt ist. Schau, lass den dort. Das Wichtige ist einfach, dass mit dem Wasser nicht die Lava ablöschst. Aber wenn du sie jetzt da oben rein tust, dann fliesst sie runter und dann gibt es unten die Kabel. Warte mal, was habe ich jetzt gemacht? So. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Dort darf eben kein Wasser. Dort muss die Lava haben. Dann fliesst die Lava runter und gibt unten die Kabel. Da. Also hier ist was? Warte mal. Und hier in den oberen drei Blocken tust du die Lava zwischen dir. Und ich habe sonst Fire Protection auf meinen Dingen, da lösch ich einfach das Feuer. Das ist aber gut. Aber nimm das zum Feuer lösch, das ist einfacher. Was? Wasser? Nein, ich nehme kein Wasser, sonst mache ich ausversehr die Lava. Ich mache es sonst, weil ich eine Wasserkanne habe. Aber das funktioniert doch gar nicht, warte mal. Lösst du dort nicht ausversehr die Lava? Nein, die Lava muss schneller fliessen, das heisst, ich könnte schneller wieder Cobblestone nehmen. Also gut, das gibt jetzt Teamwork, Jungs. Einen löst. Aber ich brauche noch einen Ort, wo ich hinstehen kann. Ich glaube, es ist hier. Einen löst und einer tut verarmen. Wieviel Cobblestone brauchen wir überhaupt? Wir machen jetzt einfach mal 5 Minuten, dass wir etwa 30 haben oder so. Ich lasse es, ich gehe fischen. Braucht jemand gerade noch Fresse? Ja, ja, mal wäre vielleicht doch gut. Ja, ich auch. Also warte jetzt mal. Jetzt, wenn ich hier... Die Pfanne drin hat so Steu noch, gell? Hier geht es runter. Hier geht es runter. Das würde im Fall eigentlich klangen. Ich glaube, meine hätte auch schon funktioniert. Warte mal, brennt Dreck. Nein, eigentlich nicht. Das wäre eine Option. Warte jetzt mal, wenn wir da jetzt die Lava reinsetzen. Das müsste eigentlich lang sein. Nein, 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 nein. Die Lava oben, nicht unten rein. Ja, aber so langt es auch. Du musst eigentlich nur 3 Blöcke behaupten, um Cobblestone wieder weitermachen. Aha, ja, da kannst du... Und den Mittelblock dann hier... Da, wo ich jetzt stehe, da kannst du Wasser rein tun. Nein, nein. Wie denn? Also, warte, ich versuche es mal schnell. Bist du ready mit der Wasserkanne, oder? Nein. Guido? Hast du die Wasserkanne? Nein. Ich habe sie genommen. Okay, also, du bist ready. Ich versuche es mal jetzt aus. Meine Idee ist, wenn ich jetzt hier die Lava reinsetzen... Nein, jetzt johne das Wasser oben dran her. Ja, jetzt geh schnell weg, geh schnell weg. Nein, fuck. Eben nicht, Mann. Ich sag ja die Lava oben, Mann. Einfach die Lava oben... Nein, du kannst sie auf gleicher Höhe. Ich weiss, du kannst sie auf gleicher Höhe, aber ich habe etwas falsch gemacht. Ja, aber du... Aber du musst es ja nicht. Du kannst sie einfach oben her tun. Dani. Hä? Das Loch da hätte einen Grund gehabt. Ja, ich weiss. Die Lava runter und nicht weiter. Ich weiss, aber da habe ich es falsch im Kopf gehabt. Ja, du hast es fast im Kopf gehabt. Jetzt haben wir einen Obsidian-Block. Yay. Ist ja geil. Vielleicht kann man einen Harvest. Leider geil. Du hättest eh noch keine Pickaxe gehabt, oder? Es ist jetzt mehrmals darum gegangen, ob das die Generator funktioniert. Lass mich machen. Ich mache das. Hä? Warte jetzt. Schau, Dani. So wird das gehen. Ah. Was? Das Loch ist schon richtig gewesen, aber das Wasser ist drüber geflossen. Ja, weisst du warum? Ja, weil ich vorher eine Wasserquelle gemacht habe. Also... Und für eine Wörter-Sorge gemacht hast. Ja, ja. Aber dann hat meine Überlegung schon gestimmt. Ich habe es einfach falsch gemacht. Ja. Du hättest einfach so sololo wie ich es gemacht habe, hätte es funktioniert. Ja, ja. Wir sehen dann irgendwelche Schrammen in dem Obsidian, oder haben wir uns in die Luft raus? Ich dir noch helfe nicht. Jungs, könnt ihr mal den Obsidian anschauen. Ich sehe es. Also, ich weiss es nicht. Ich komme dabei. Ich habe keine Frage. Muss... Ich glaube... Gibt es... Doch, es gibt. Doch, es gibt Schrammen. Haha. Wie willst du jetzt ein Foto machen?